Studieren, wo es am schönsten ist. Es gibt natürlich noch andere Orte an der Studierenden, die möchte ich euch hier noch vorstellen. Hier ist mein zweitlichster Studium und seit elf Monaten bin ich Mama. Um den Spagat zwischen Kind und Studium zu schaffen, nutze ich vor allen Dingen die Schlafzeiten meistens. Aber auch wenn er wach ist und spielt, kann ich mit Studierenden. Dies mache ich dann manchmal halt hier oder manchmal auch noch woanders hier in der Wohnung. Ja, zu guter Letzt studiere ich hier auch viel an meinem Schreibtisch. Denn dort befindet sich mein Computer, dort habe ich den Anschluss zum Hude, zum Skype und zu meiner Lerngruppe letztendlich. Und manchmal ist auch mein Kleiner hier mit bei, aber meistens studiere ich dann doch hier allein. So, das war's von mir. Tschüss! Psst! Und besuchen Sie uns auf Facebook!